Hey Leserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal geht es um Italo Calvino. Der Klappentext unnötigerweise leider schon verrät, geht es in diesem Roman um den Baron Cosimo di Rondo. Das Buch spielt Mitte des 18. Jahrhunderts und aus der Sicht des jüngeren Bruders wird erzählt, wie der zwölfjährige Adelsspross einem an, in so einer Art Revolte auf, die auf einen Baum klettert. Und bis zu seinem Lebensende, viele, viele Jahrzehnte später, wird er keinen Fuß mehr auf die Erde setzen. Das Buch hat auch so einen ganz interessanten Zeitkolorit, nämlich spielen da die napoleonischen Kriege, französische Revolution mit rein. Es gibt osmanische Freibeuter, die vor der Küste kreuzen. Es gibt Räuber, die in den Wäldern ihr Unwesen treiben. Dieser Cosimo lebt wirklich dann nur noch auf den Bäumen. Es ist ein Gefühl, dass es im Roman Ewiger Sommer ist. Es gibt total splinige, interessante Figuren, die mich auch sehr an Laurence Stern, Tristram Shandy erinnert haben. Es ist ein Buch, das nicht nur von den wahnsinnig interessanten Charakteren lebt, sondern auch von der Sprache, von dieser ganz feinen Stimmung, von diesem Humor, diesem feinen. Es ist wirklich sehr berührend, hat auch so eine leichte nostalgische Stimmung. Aber zu meinem großen Glück habe ich erfahren, dass es so eine lose Trilogie ist. Das heißt, es gibt noch zwei weitere Bücher, die dazugehören. Und das heißt, unsere Vorfahren. Also der nächste Lesestoff ist gesichert. Wenn euch dieses Video gefallen hat und dieser Buchtipp, dann lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber einen Kommentar. Lasst doch mal hören, welches Buch euch zuletzt so richtig verzaubert hat. Im Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.